Heute ist Donnerstag, der 16. Mai 2013. Hier ist der dritte Teil der Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle dran. Mein Name ist Volker Reusen. Ja, wir haben uns entschlossen, hier einen Teil in eigener Sache zu bringen, weil es einfach notwendig geworden ist. In der vorletzten Sendung ging es ja um das Thema Verdunkelung in Europa. Es ging darum, wie in Griechenland die Berichterstattung über Armut entmutigt wird. Es ging darum, wie über eine angebliche EU-Datenschutzverordnung, in Wirklichkeit eine Self-Sur-Verdunklungs- und Presseunterdrückungsverordnung, Aktenzeichen 2012-0011, COD, was im Juni im Europaparlament beschlossen werden soll, soll man unliebsame Berichterstattung über konkrete Personen mit Bußgeld bis zu einer Million verfolgen, kann ich verweise auf unsere vorletzte Sendung, wo wir das ausführlicher behandelt haben. Und das hat uns dazu gebracht, meine Frau ist ja auch Anzeigerstatterin gegen Unbekannt bezüglich des Verdachtsverbrechen gegen die Menschlichkeit in Griechenland wegen der Schädigung der Gesundheit der Griechen. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K, römische Statut, wo man den Griechen die Gesundheit kaputt macht, dass das aufgeklärt wird, wer dafür die Verantwortung trägt, und ob es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist. Und angesichts der näher rückenden, großflächigen, ja gerade Gefährdung der freien Presse in ganz Europa, wofür Griechenland noch ein moderates Beispiel ist, was uns jetzt im Juni droht, haben wir uns entschlossen. Wir hatten gehofft, dass ein griechisches Medium es eher bringen würde, dass wir es jetzt als erstes bringen. Es sind zwei Seiten, ich verlese, es ist ein Aufruf von meiner Frau an, erst mal an den griechischsprachigen, kann ich sagen, die deutschsprachigen Griechen, die Griechen im deutschsprachigen Raum, wenn jemand selber betroffen ist, die Leute kennt, die in Griechenland leben, die eben nicht mehr genug, ihre Medikamente bekommen, nicht mehr genug zu essen haben, dass die ihre Aussagen nach den Haken schicken. Ich lese es jetzt vor. Sarah Lucia Hassel-Reusing und unsere Anschrift, die finden Sie auch auf dem Blog, Menschenrechtlerin, Aufruf an die griechische Öffentlichkeit zur Zeugenaussage, Aktenzeichen OTP-CR 345 aus 12.16.5.2013. Sehr geehrte Damen und Herren, am 21.11.2012 habe ich beim Internationalen Strafgerichtshof ESDGH den Haken Anzeige erstattet gegen Unbekannt, wegen des Verdachts des Verbrechens gegen die Menschlichkeit, durch vorsätzliche und gleichzeitig systematisch und groß angelegte Schädigungen der Gesundheit der griechischen Bevölkerung. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe Karolische Statut. Jeder hat das Menschenrecht auf das für den jeweiligen Menschen erreichbare Höchstmaß an körperlicher und geistiger Gesundheit. Artikel 12 UNO Sozialpakt. Außerdem wird das Recht auf Gesundheit geschützt für Frauen durch Artikel 12 UNO Frauenrechtskonvention CIDA und für Kinder durch Artikel 24 UNO Kinderrechtskonvention CAC. Außerdem müssen Kinder gemäß Artikel 19 CAC vor Schäden geschützt werden. Daraus folgt, dass beim Recht auf Gesundheit weniger gespart werden darf als bei jedem anderen sozialen Menschenrecht. Ich habe die Strafanzeige bewusst gegen Unbekannt gerichtet, weil in dem Entwurf und die Entscheidung über die Auflagen im Zusammenhang so viele Personen involviert sind, darunter die Troika aus EU-Kommission, IWF und EZB, die Eurogroup, Workinggroup der Finanzstaatssekretäre, die diesen vorgesetzten Finanzminister und zahlreiche externe Berater und Lobbyisten, dass vermutlich erst die Unterlagen, was zustande kommen, der Auflagen sowie Zeugenaussagen dazu Klarheit bringen werden, welche Personen konkret verantwortlich sind für die Auflagen, welche zur Schädigung der Gesundheit so vieler Einwohner und Bürger Griechenlands geführt haben. Mir geht es darum, dass die Schuldigen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden und dass zumindest die Schädigung der Gesundheit der Griechen durch die Sparmaßnahmen beendet, sowie dass den Einwohnern anderer Staaten zumindest die Schädigung ihrer Gesundheit erspart bleibt. Ich habe in meiner Anzeige Zusammenhänge gezeigt zwischen konkreten Auflagen sowie deren Folgen für den Hunger und die Schädigung des Gesundheitswesens in Griechenland, zum Teil mit Bezugnahme auf bereits durch Herrn Giorgios Tragers und dessen Kollegen eingereichte Beweismittel. Nach den mir bisher vorliegenden Informationen sind die Gesundheitsschädigungen vor allem durch die Kürzung des Gesundheitswesens und die Verursachung von Unterernährung, aber auch durch die Verursachung von Obdachlosigkeit und fehlenden Mittel zur Beheizung von Wohnungen entstanden. Die bisher eingereichten Beweismittel bewegen sich alle auf einer abstrakten Ebene. Was vor allem noch fehlt, sind Zeugenaussagen konkreter Einwohner Griechenlands, deren Gesundheit durch die Sparmaßnahmen geschädigt worden ist. Auch Zeugenaussagen von Freunden und Verwandten von Griechen, die gestorben sind aufgrund von Gesundheitsschädigungen, die durch die Sparmaßnahmen verursacht sind oder die Selbstmord begangen haben, aufgrund der Auswirkungen der Sparmaßnahmen sind wichtig. Es geht darum, nicht nur abstrakte Zahlen, Paragraphen und Statistiken zu zeigen, sondern dem ISDGH auch die menschliche Seite zu zeigen. Es geht darum, aus der Opferrolle herauszukommen und selbst durch die Aussage aktiv zur Aufarbeitung beizutragen. Es geht darum, dass außer Journalisten und Menschenrechtlern vor allem auch die Geschädigten selbst in möglichst großer Zahl Aussagen und so aktiv für die Aufarbeitung eintreten. Und da benötige ich zur Beweisführung Ihre Hilfe durch Ihre Zeugenaussage direkt an den ISDGH in englischer Sprache mit Bezugnahme auf das Aktenzeichen UTP-CR 345 aus 12. Nach Artikel 15 römischer Statut kann jeder Beweisdienlich Informationen zu Fällen des mutmaßlichen Vorliegens von Straftatbeständen nach dem römischen Statut einreichen. Die Anschrift für die Zusendung von Beweismitteln an den Internationalen Strafgerichtshof ist laut dessen Webseite International Criminal Court Information and Evidence Unit Office of a Prosecutor Post Office Box und da steht der Postfach und die Postleitzahl von Den Haag, Niederlanden und auch eine Faxnummer steht dort. Bitte auf der Webseite nachschauen, falls sie sich irgendwann mal ändert. Das Beweisthema ist die Schädigung der Gesundheit durch konkrete Sparmaßnahmen. Bitte beschreiben Sie darin, ab wann durch welche Maßnahme Ihre Gesundheit Schaden zugefügt worden ist. Das kann sich beziehen auf Medikamente oder ärztliche Leistungen, die nicht mehr oder nur noch mit unerschwinglichen Zuzahlungen oder nicht mehr in erreichbarer Nähe zur Verfügung gestellt werden. Wenn Sie unterernährt sind, kommt es für Ihre Aussage darauf an, durch welche Kürzungen, zum Beispiel von Rente oder Gehalt, Sie ab wann nicht mehr genug Mittel gehabt haben, sich ausreichend zu ernähren. Auch wenn es an der Lockerung des Kündigungsschutzes oder an einem deutlichen Anstieg bestimmter Lebenshaltungskosten liegt, ist Ihre Aussage wichtig. Bitte sagen Sie auch aus, wenn Sie nur deshalb nicht unterernährt sind, weil Sie von charitativen Organisationen unterstützt werden. Wenn Sie obdachlos geworden sind oder aus Geldmangel in einer unbeheißten Wohnung leben müssen, geben Sie bitte an, ab wann Sie durch welche Kürzungen die erforderlichen Mittel nicht mehr aufbringen konnten. Falls möglich, führen Sie Ihrem Schreiben an den 1. Gerhard bitte auch Fotokopien von Belegen, weil die zeigen, dass mit Ihren verfügbaren Mitteln notwendige Kosten für Nahrung, Wohnung oder Gesundheit nicht mehr bezahlt werden konnten. Falls Sie Indizien haben, ab wann die Personen, welche die Auflagen für Griechenland erstellt oder über diese entschieden haben, gewusst haben müssen, was Sie der Gesundheit der Bürger und Einwohner Griechenlands damit antun, informieren Sie in Ihres DGH und auch mich bitte auch über diese. Denn ein Verbrechen an der Menschlichkeit, Artikel 7 römisches Statut, liegt erst bei einem Grad an Vorsatz vor, dass man weiß, beziehungsweise wissen muss, was man anrichtet und es trotzdem tut. Jede Aussage mit beweisdienlichen Informationen über die Schädigung der Gesundheit konkreter Personen durch die Auflagen sei ein wichtiger Beitrag zu aufklären. Je mehr beweisdienliche Aussagen eingehen, desto mehr wird außerdem ein Signal an den ISDGH gesetzt, dass es den Bürgern und Einwohnern Griechenlands wichtig ist, der Aufklärung der Verantwortlichen für die Schädigung ihrer Gesundheit und auch der Abschreckung gegenüber weiteren Schädigungen eine hohe Priorität beizumessen. Mit freundlichen Grüßen Sarah-Lucia Hassehäusen. Dieses Schreiben ist auch auf unserem Blog, unser Binnenstrich-Politik-Blog veröffentlicht worden und dort findet man das Schreiben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit dafür und es gibt, es wird auch in Englischer, die englische Übersetzung wird dort auch in Kürze stehen, sodass man auch die Menschen im englischsprachigen Raum erreichen kann. Es geht darum, dass möglichst viele Griechen Aussagen, damit das Gleit der Griechen ein Gesicht bekommt. Es gibt auch eine griechische Übersetzung, aber die wird erst veröffentlicht nach Absprache mit einem bestimmten griechischen Presseorgan. Das machen wir nicht auf unserem Blog, wenn die haben die Übersetzung als Griechische erstellt. Das war etwas in eigener Sache. Ich hoffe, Sie verstehen, dass es jetzt in dieser Zeit, wo die Pressefreiheit in Europa durch die EU-Zensurverordnung, die für Juni droht, so unter Druck ist, dass wir diesen Aufruf jetzt veröffentlichen mussten. Jetzt, wo es Meinungs- und Pressefreiheit auch im Internet noch gibt. Jetzt im Mai, weil wir nicht exakt wissen, wann man es im Juni beschließen will. Und wenn man sich so aus dem Fenster nimmt, wie meine Frau sich so einsetzt für die Griechen, dass das aufgeklärt wird, die Frage des Verbrechens an der Menschlichkeit durch großflächige Gesundheitsschädigung, die schwerste Schädigung des Gesundheitssystems der Griechen und auch der Ernährung. Ich denke, dann ist es auch wichtig, dass auch die Griechen selber sagen, ja, wir wollen, dass das aufgeklärt wird, wer dafür die Verantwortung trägt und dass die Leute zur Rechenschaft gezogen werden und vor allem, dass es aufhört, dass sie endlich ihre Gesundheitsversorgung wieder bekommen. Das ist das am besten Geschütze soziale Menschenrechte. Das muss auch bei Sparmaßnahmen beachtet werden. Das muss doch wirklich als Letztes gespart werden. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt kommt noch etwas Musik und dann kommt noch die Einmoderation der beiden Interviews mit Herrn Dr. Krüger und mit Herrn Lachmann. We made love. We made it real. Gave it a name. Believe what we feel. Feelings are all the same. I made love. I made it real. I made it soft over to the feel. But I didn't make me. We made believe. We made mistakes. Guilty we seem. Separation is part of the dream. Who separates. Separation is part of the dream. I made believe. I made mistakes. I made it clear that my heart aches. But I didn't make me. academia is part of the dream. But I can't一樣 of the dream. I make the dream. W damn. I will make ends. He created the world He created the mind Gave us all free will What we chose we imprisoned in time Time is a toy of the dead I made love, I made war I made so much money I came back before But I didn't believe I made an image of myself Imposed my will and lived to tell Of the towers and wonders that I had created I came back to find they all disintegrated Built a cathedral, got down on my knees I made my mark but I didn't make me No, I didn't make me No, no, no Didn't make me I didn't make me No, 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 no I didn't make me No, no, no No, no, no I made my mark but I didn't make me No, I didn't make me No, no, no I didn't make me No, no, no No, no, no vor der Sendung aufgenommen haben, vor der Live-Ausstrahlung. Es folgt als nächstes das Interview mit Herrn Dr. Uwe Krüger. Herr Dr. Krüger forscht an der Uni in Leipzig zu Medien und Journalismus. Und das Buch Meinungsmacht beruht auf einer Studie von ihm. Es ist veröffentlicht im Herbert von Haarlem Verlag. Es geht darum, Nähe von Journalisten zu Thinktanks, zu Verbänden und wie man wissenschaftlich ergründen kann, wie das einen Einfluss auf die Berichterstattung oder Nicht-Berichterstattung haben kann. Zum Beispiel, ob man als Journalist Rücksicht nimmt auf eine bestimmte eigene Tätigkeit. Und welche Tätigkeiten können interessant sein dafür, dass sie sich auswirken können auf die eigene Berichterstattung. Er hat dort verschiedene Journalismus-Theorien angewandt und untersucht. Berichterstattungen zu konkreten Themen von mehreren bekannten Journalisten. Danach folgt ein Interview mit Herrn Günther Lachmann. Herr Lachmann hat zusammen mit einem Historiker das Buch Das erste Leben der Angela M. herausgebracht und vergleicht über, es geht um die deutsche Bundeskanzlerin, ist im Pieper Verlag erschienen, Dr. Angela Merkel, und vergleicht Stellungnahmen der Bundeskanzlerin selbst zu ihrer Karriere während der DDR-Zeit und das, was Herr Lachmann und sein Kollege herausgefunden haben über die damalige DDR-Karriere unserer heutigen Bundeskanzlerin. Mehr möchte ich jetzt noch nicht verraten. Wir hören gleich die Interviews zur nächsten Sendung. Da wird es dann endlich gehen, was wir schon vorgehabt hatten, um das sogenannte geophysikalische Ereignis. Was ist los mit dem Erdmagnetfeld? Wir werden verschiedene Leute fragen. Zudem derzeit zum Beispiel laut einer Art der Reportage stark schrumpfenden Erdmagnetfeld. Ist da was dran? Welche Auswirkungen hat das? Da werden wir verschiedene Experten befragen in der nächsten Sendung. Mehr wird an dieser Stelle noch nicht verraten. Ich möchte mich von Ihnen jetzt schon mal verabschieden. Sie hören jetzt gleich die Interviews mit Herrn Dr. Krüger und mit Herrn Lachmann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nun kommt das Interview mit Herrn Dr. Uwe Krüger von der Universität Leipzig. Er hat das Buch Meinungsmacht. Der Einfluss von Eliten und auf Leitmedien und Alpha-Journalisten. Eine kritische Netzwerkanalyse. In 2013 geschrieben. Guten Abend, Herr Dr. Krüger. Ja, schönen guten Abend. Ja, es geht in Ihrem Buch um Journalisten. Journalisten, die auch in Verbänden, in Netzwerken sich engagieren, neben ihrer journalistischen Tätigkeit. Und wie man wissenschaftlich erkennen kann, dass dies die journalistische Arbeit beeinflussen kann. In Ihrem Buch haben Sie da vier verschiedene Ansätze, wie das auf Journalisten wirkt, wenn sie auch sich in Netzwerken, Verbänden, in Thinktanks engagieren. Worum geht es da? Ja, also diese Ansätze, die sind nicht direkt, thematisieren sie eher allgemein so Verflechtungen von Medien und Eliten aus Politik und Wirtschaft. Das sind vier kritische Ansätze aus den USA, die alle, also denen gemeinsam ist die These, dass die großen Medien, die Mainstream-Medien vor allem den Diskurs innerhalb der politischen Elite reflektieren, aber die Prämissen dieses Diskurses nicht hinterfragen und also nicht die Spannbreite der Meinungen innerhalb der Elite überschreiten. Also, dass das sozusagen nicht nur für den Nachrichtenteil gilt, sondern auch für den Kommentarteil. Also, Journalisten lehnen sich nicht aus dem Fenster mit Meinungen, die nicht salonfähig sind, sozusagen, um das Tablisch-Ländisch. Das sind eine Red, diese vier Ansätze sind eine Red, die Indexing-Hypothese, die sagt also, dass die großen Medien nur ein Indexing, also die Meinungsverteilung in der Elite anzeigen. Also, was man dort in der Zeitung liest, ist ein indirekter Indikator, ein Indiz dafür, wie die Meinungen verteilt sind in den Eliten. Das Zweite ist das Propagandamodell von Noam Chomsky, der recht bekannt ist, und Edward Herman. Das Propagandamodell sagt, überspitzt ist, dass die Mainstream-Medien Propaganda im Sinne der Eliten machen und dass jede Nachricht, die in ein großes Medium kommen soll, vorher fünf Filter durchläuft. Also, dass ein System von fünf Filtern Nachrichten räubert von unliegsamen und zu kritischen Nachrichten und Meinungen. Die Filter sind die Interessen der Medien-Eigentümer, die Interessen der Anzeigenkunden, der Werbekunden. Der dritte Filter sind die Interessen der hauptsächlichen Quellen der Journalisten. Und man kann sich ja denken, jeden Tag wiederkehrend braucht der Journalist eben seine Quellen aus Regierungen, aus Parteien, aus großen Wirtschaftsunternehmen. Wenn es Wirtschaftsjournalist ist, dass man sich also auf Dauer nicht mit so einer mächtigen Quelle auch verschärfen kann oder mit einer Vielzahl von mächtigen Quellen. Der vierte Filter ist das sogenannte Flackfeuer. Damit meinen sie, dass wenn mal eine Nachricht, ein Beitrag den Elitenkonsens verletzt, dass es dann ordentlich Gegenwehr gibt. Flackfeuer in Form von Drohanrufen, Druck, Anzeigen, Entzug und so weiter. Und der fünfte Filter ist die herrschende Ideologie. Vor dem Kaltkrieg, also war es der Antikommunismus in den USA und nach Ende des Kaltkrieges dann immerhin noch der Mythos vom freien Markt. Dass man also gegen so eine große Ideologie nicht anschreiben kann als großes Medium, was eine zentrale Rolle in der Gesellschaft spielt. Das ist die zweite Theorie eben, das Propagandamodell. Die anderen beiden heißen Schutzhundperspektive und Protestparadigma. Bedeutet auch, dass Medien nicht der Watchdog sind, nicht der Wachhund für die Gesellschaft und die Eliten eben kritisch, kontrollierend beißt in die Wade, sondern dass sie eher Schutzhundspielen für einzelne Fraktionen innerhalb der Elite. Das ist die Schutzhundperspektive. Und das Protestparadigma behauptet auch, dass aufgrund von Verflechtungen mit Institutionen und Eliten, dass die Medien, Protestierer, sofern sie grundsätzliche Fragen stellen, radikal sind, Grundfesten des Systems angreifen, dass diese Protestierer entweder ignoriert werden oder marginalisiert oder auch dämonisiert. Auf jeden Fall, dass entweder ihr Anliegen überhaupt nicht gehört wird oder dann nur negative Merkmale, dass bei Demonstrationen die Gewalt in den Vordergrund gerückt wird und die Anliegen dabei aber verschwiegen werden und so weiter. Das sind vier Ansätze, die eben das erstmal grundsätzlich erklären, dass der Medieninhalt limitiert ist, was den Marktplatz der Ideen angeht. Dass also nicht alle Ideen gleich behandelt werden, sondern eigentlich nur Ideen, die gerade in der politischen Elite kursieren, in großen Medien vorkommen. Und ich habe dann den Fokus erweitert und auch auf persönliche Netzwerke, also vor allem auch mit Quellen, habe ich also geschaut, ob es Auffälligkeiten in der Berichterstattung gibt, die sich auf personelle Nähe zurückführen lassen. Einzelne Journalisten mit einzelnen Eliten. Gibt es denn eine Definition von Eliten? Wenn ich jetzt eine wichtige Nachricht gebracht haben möchte, dann sollte ich ja vielleicht wissen, mit welchen Eliten ich mich gut halten muss und was Eliten sind. Ja, Eliten, das Wort Elite kommt ja von Elitiäre, von Großwählen. Also Eliten sind Leute, die einen Auswahlprozess durchgemacht haben und nach oben geklettert sind und die laut Definition maßgeblich und regelmäßig an Entscheidungsprozessen für die Gesellschaft mitwirken. Also kann man dann eben in verschiedenen Teilsystemen der Gesellschaft verschiedene Eliten ausmachen. In der Politik sind es dann eben Kanzler, Minister, Bundespräsident bis hin zu Abgeordneten des Parlaments. In der Wirtschaft sind es dann, also habe ich zum Beispiel definiert, dann Vorstände und Aufsichtsräte von großen Konzernen und von Großbanken und Versicherungen. Es gibt natürlich auch Eliten aus der Kultur, es gibt Eliten im Sport, eben immer die Besten, die Leistungsfähigsten, die Mächtigsten. Ich habe mich konzentriert auf politische und wirtschaftliche Eliten. Welche sind denn die Leitmedien in Deutschland? Oder wie kann man messen, ob oder inwieweit ein Medium ein Leitmedium ist? Das ist auch eine grundlegende Frage meiner Schule, die ich erst mal klären musste. Das ist in der Medienwissenschaft und in der Journalismusforschung durchaus umstritten, was als Leitmedium gilt. Man kann also ganz verschiedene Indikatoren da heranziehen, die Verbreitung innerhalb von Eliten, also wie viele Eliten hat eine Zeitung sozusagen als Leser. Man kann auch gucken, welche Medien am häufigsten in anderen Medien zitiert werden. und ich habe mich auf das Merkmal konzentriert, welche Medien von anderen Journalisten gelesen oder rezipiert werden, wo man also sagen kann, dass sich dann die Masse der Journalisten auch orientiert sozusagen an den Musterknaben, Knaben an den besten Medien oder an den meisten renommierten. Und da gibt es empirische Studien. Wir haben dann Journalisten befragt, also eine repräsentative Journalistenbefragung in Deutschland. Wurden Journalisten gefragt, welche Zeitungen, welche Nachrichtensendungen die wahrnehmen und regelmäßig. Und da ist dann eben unter den Zeitungen, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung, FATS, Welt, Zeit, Spiegel und bei den Nachrichtensendungen vor allem die von öffentlich-rechtlichen, also die Tagesschau und Tagesthemen in der ARD, heute im Heute-Journal beim ZDF. Sie haben sich in Ihrer Untersuchung auf die Berichterstattung zu zwei Punkten deutlich sehr intensiv angeschaut. Einmal zum erweiterten Sicherheitsbegriff und einmal über die Münchner Sicherheitskonferenz. Was haben Sie da an Auffälligkeiten entdeckt? Ja, also ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich so angefangen habe, dass ich eine Netzwerkanalyse gemacht habe und geguckt habe, welche Journalisten mit welchen Eliten Kontakt hatten oder zumindest Kontaktpotenzial, also mit welchen Organisationen Journalisten zu finden waren, wo auch Eliten auf Politik und Wirtschaft zu finden waren. Und da schelte sich heraus, dass einige Journalisten im außen- und sicherheitspolitischen Elitenmilieu involviert waren, also kann man auch eingebettet sagen. Zumindest hatten sie da intensiven Kontakt. Und ausgehend von diesem Befund habe ich dann geschaut, an welchen Themen, wo man da gucken könnte, ob die Journalisten jetzt auf Linie mit den Eliten liegen oder ob sie trotzdem den Eliten-Diskurs kritisch hinterfragen. Und da habe ich mir Themen gesucht, wo es eben eine Kluft zwischen Elite und Bevölkerung in Deutschland gibt. Dass man also guckt, ob diese Journalisten eher im Sinne der Bevölkerung argumentieren oder im Sinne der Eliten. Und das ist zum Beispiel beim erweiterten Sicherheitsbegriff der Fall. Das ist also so, dass klassischerweise bis 1990 oder so, bis zum Ende des Kalten Krieges war Sicherheit klassisch territorial definiert. Das heißt, wenn wir Verteidigung sagen, dann meinen wir, wir verteidigen unser Staatsterritorium oder unser Bündnisgebiet der NATO, wenn es angegriffen wird mit dem Wegfall des Warschauer Paktes, der Bedrohung sozusagen von der Sowjetunion ausging, hat man dann Sicherheit breiter definiert und hat, findet sich dann in den Doktrinen seit den 90er Jahren wieder, dass eben Sicherheit auch Rohstoffsicherheit, Energiesicherheit ist, dass man Kommunikationsinfrastruktur schützt, dass man eben also auch außerhalb des eigenen Territoriums sich drum kümmert, dass bestimmte Sachen vorhanden sind für das eigene Wohlergehen. Das gipfelte dann sozusagen in dem zugespitzenen Satz von Verteidigungsminister Peter Struck 2002 erstmals geäußert, dass Deutschland Sicherheit auch am Indokusch verteidigt wird. Und das ist in der Bevölkerung hoch umstritten, ob das wirklich so ist oder sein soll, aber unter den Eliten in Deutschland ist das Konsens Sicherheit erweitert zu sehen. Auch der Münchner Sicherheitskonferenz legt diese Definition zugrunde. Obwohl die auch Iraner, Chinesen, Russen einladen. Ja, die laden sie ein, aber im Kern ist die Sicherheitskonferenz eine NATO-Veranstaltung, also historisch gewachsen als NATO-Veranstaltung und in den letzten Jahren zunehmend sich geöffnet. Das ist also klar, das ist auch ein Verdienst sicherlich von dem jetzigen Chef Wolfgang Ischinger, aber trotzdem steht explizit auf der Website der Sicherheitskonferenz, dass der Arbeit der Sicherheitskonferenz nicht so viel ist. Und es geht also viel um Rohstoff-Sicherheit und Energiesicherheit. Wolfgang Ischinger ist da ein großer Vorkämpfer für diese Sicht von Sicherheit und Verteidigung. Und die Journalisten, die Sie untersucht haben, sind zu einem erweiterten Sicherheitsbegriff haben Sie sich unkritisch verhalten. Ja, genau. Einerseits haben Sie aktiv auch dafür Werbung gemacht, dass Sicherheit so breit gesehen werden muss und dass Peter Struck eben recht hat mit seinem Bonnement, dass Deutschland Sicherheit einbegutscht verteidigt wird. Das sieht man also sehr gut. Diese Argumente kann man aus den Texten, habe ich da in einer Frame-Analyse herausgeschält und diese vier Journalisten tun das also in unterschiedlicher Häufigkeit, aber Sie sind sich da einig. Manche verwenden ihn einfach wie selbstverständlich, andere sagen nochmal nachdrücklich, dass das alte Sicherheitsverständnis überholt ist und jetzt richtigerweise eben das alles breit definiert werden muss. kann man sagen, sind die Journalisten, die Sie untersucht haben, auch direkt in Thinktanks oder Netzwerke eingebunden, die auch vermutlich oder tatsächlich eine in dieser Richtung militaristische Sichtweise haben? Also militaristisch würde ich jetzt vorsichtig sein, auf jeden Fall ist aber dieser erwartete Sicherheitsbegriff ja, ist das natürlich der Weg nicht weit, also der Einsatz von Militär wird dadurch erleichtert, aber ich will jetzt nicht des Militarismus bezichtigen, die sie verwenden. Natürlich muss man in einer pluralisierten Welt auch ein bisschen weiter denken, aber die Frage ist eben zum Beispiel, ob man die Betonung auf seine eigene Sicherheit legt oder ob man die Betonung auf Gerechtigkeit legt, wie zum Beispiel das die Friedensbewegung tut, da kommt man natürlich zu einem ganz anderen Verhältnis zu seinen Nachbarn, auch bei den weiteren Nachbarn. Aber zurück zu ihrer Frage, die persönlichen Verflechtungen gehen zum Beispiel so aus, dass also alle vier Journalisten Teilnehmer der Münchner Sicherheitskonferenz waren, also die Münchner Sicherheitskonferenz da sind auch viele Journalisten, die das Ganze beobachten von der Galerie aus, aber die vier die dürfen im Plenum sitzen, die dürfen auch mit diskutieren in den Diskussionen und die dürfen auch zu allen Empfängen und auch in die Hinterbereiche in diesem Hotel, wo auch Zweiergespräche geführt werden, also die haben schon eine privilegierte Position von allen Journalisten, die dort sind und dann also zum Beispiel gibt es noch einen ganz interessanten Think Tank, die Bundesakademie für Sicherheitskonferenz, da fand ich zwei dieser vier Journalisten drin, nämlich den Außenpolitik Ressortleiter von Süddeutscher Zeitung und Frankfurter Allgemeinen Zeitung und überdies war auch der jetzige ZDF-Chefredakteur Peter Frey auch dort im Beirat dieser bundesakademischen Sicherheitspolitik und das finde ich ganz besonders bekannt, weil das eine ein Think Tank des Bundesverteidigungsministeriums ist, das ist also eine führende Denkfabrik, wie es mit der Sicherheit von Deutschland gestellt ist und wie man das alles zu sehen hat, auch eine große Institution, die diesen Erweiterten-Sicherheitsbegriff sehr stark propagiert hat, schon relativ zeitig und das wirklich Heikle für Journalisten aus meiner Sicht ist, dass dieser Beirat, in dem die drei Journalisten da Mitglied waren, der hat die Funktion, das Kuratorium dieser Akademie zu beraten und das Kuratorium besteht wiederum aus den wichtigsten Bundesministern und der Bundeskanzlerin. Das heißt, die Journalisten haben sich verpflichtet, die Bundesregierung in Sicherheitsfragen zu beraten und das finde ich, das geht nicht zusammen mit der Rolle eines Anwalts der Öffentlichkeit, in der drinsteckt, dass man die Bundesregierung eben auch kritisiert und kontrolliert. Also das ist ein Interessenkonflikt, der eklatant ist, wie ich finde und da sieht man dann, das passt auch eben gut zu Argumenten aus deren Leitartikeln und Kommentaren, dass da nicht viel los ist mit Kritik oder wenn Kritik an Sicherheitspolitik, an Bundeswehreinsätzen kommt, dann ist diese Kritik aus der Perspektive der NATO und der USA verpasst und setzt dann die Bundesregierung eher unter Druck, noch mehr Soldaten nach Afghanistan zu schicken, anstatt auch die skeptische Haltung eines Großteils der deutschen Bevölkerung zu reflektieren. Man merkt dann schon sehr stark, woher der Wind weht. Was mich vor allem auch alarmiert hat, ist der Herr Joffe von der Zeit und die Verbindung der Zeit zum Bilderberg Netzwerk. Ja, Bilderberg ist eine interessante Vereinigung. Was wollen, was ist jetzt da genauer? Also ich habe mich damit sehr intensiv gefasst mit der Bilderberg Konferenz. Weil Bilderberg sind ja international dann Bilderberg hat auch immer wieder Themen rund um die Europäische Union rund um NATO hat sehr hochrangige Leute die dorthin eingeladen werden die öffentlich immer nur die Tagesordnungspunkte und veröffentlichen welche Leute da gewesen sind aber nicht mehr wem was besprochen ist wer bei welchen Tagesordnungspunkten dabei war war immer wieder auch sehr aktuelle und brisante Themen die Sicherheitspolitik berühren aber immer nur überschriftenartig und das war für mich ja schon interessant dass eben die Nähe von die Zeitung die Zeit hatte ich auch vorher schon mal gelesen dass sie immer wieder Leute von der Zeit auch bei Bilderberg dabei sind genau das ist historisch gewachsen da war Theo Sommer der jahrzehntelange Schöpfer der Zeit war der war ganz besonders gut vernetzt mit amerikanischen Kreisen und der war da ganz lange und hat seinen Sitz bei Bilderberg dann vererbt an seinen Nachfolger also nicht an seinen direkten Nachfolger aber von der Zeit war dann immer jemand da und nicht nur bei Bilderberg das sind ja dann ungefähr 120 Leute sondern es gibt noch so einen inner circle bei Bilderberg im Lenkungsausschuss da sind zwei Menschen pro teilnehmenden Land drin die entscheiden dann welche Themen behandelt werden sollen und welche Leute noch eingeladen werden sollen und Theo Sommer und auch Matthias Nass von der Zeit später die saßen eben immer im Lenkungsausschuss als damals zusammen mit Alfred Herrhausen von der Deutschen Bank und ich glaube dass Matthias Nass von der Zeit dann später zusammen mit Josef Ackermann von der Deutschen Bank auch im Lenkungsausschuss von Bilderberg saß also hatten da eine ganz zentrale Rolle Bilderberg man weiß jetzt nicht wie viel Einfluss von wem ausgeht aber auf jeden Fall ein Ort jeweils ein wechselndes Fünf-Sterne-Hotel im Geheimen wo ein paar Tage lang sich Eliten aus ganz verschiedenen Sektoren aus Politik Wirtschaft Militär Wissenschaft auch wo die einfach mal unter sich sind und auch sich kennenlernen können auch menschlich näher kommen können an der Bar dann auch mal miteinander plaudern wo also auch eine Eliten Sozialisation stattfindet und kurze Drähte dann für spätere Kontaktaufnahmen entstehen das ist auch einer der Sachen die Journalisten bei Bilderberg eben so reizt ich habe einige Journalisten interviewt und die sagen eben dass das ein wahnsinniges Kapital ist wenn man dann eben mit Ministern und Staatschefs dort und Wirtschaftsführern einfach mal an der Bar sitzt und plaudert und dann später eben auch mal direkt anrufen kann oder auch sich das anhören kann was die da ohne auf Öffentlichkeit achten zu müssen dann wirklich frei von der Leber weg zu sagen dann kann man dann eben spätere Statements die in der Öffentlichkeit treffen dann viel besser einordnen das ist dann so ein Vorteil den ein Journalist hat der dort war aber ich sage auch das ist natürlich problematisch weil dieser Vorteil der kommt nicht eins zu eins dem Publikum des Journalisten zugute denn der beschreibt ja dann nicht was bei Wilderberg gelaufen ist sondern der lässt das dann irgendwie nur einfließen in seine Kommentare und Leitartikel und es ist dann die Gefahr hoch weil es erachtens dass dadurch auch eine kognitive Vereinnahmung stattfindet dass man also durch die Vertrautheit mit Eliten und wenn man in dem Milieu sozusagen immer wieder die Sicht der Eliten hört dass man da eben auch diese Linie einschwenkt weil es dann überzeugend ist und weil man vielleicht mit anderen Argumenten aus anderen Bevölkerungsschichten gar nicht gar nicht mehr so wahrnimmt aber Bilderberg hat glaube ich auch einen Einfluss verloren also noch in Zeiten des Kalten Krieges war das glaube ich sehr viel mächtiger als heute jetzt versucht sich Bilderberg zu öffnen da kommen dann kommen neuerdings viele Leute aus Osteuropa werden eingeladen der Kreis wird größer und es ist auch glaube ich so ein Zeichen dass sich da Macht sich verschiebt weg von transatlantischen Bündnissen also Bilderberg ist traditionell Nordamerika und Westeuropa und das ist im Angesicht der aufstrebenden Mächte in Asien da auch so ein Elitenclub so ein transatlantischer Elitenclub nicht mehr so viel zu melden hat wie noch in den 70er 80er Jahren Sie schreiben in Ihrem Buch auch von Schweigespiraleffekten was kann man darunter verstehen eine Schweigespirale ist eine Theorie der großen mittlerweile verstorbenen deutschen Medienforscherin Elisabeth Mölle-Neumann Medienforscherin und Institut Allensbach hat sie geleitet Meinungsforscherin und die Theorie der Schweigespirale sagt dass Menschen grundsätzlich Angst vor Isolation haben und dass sie sehr genau ihre Umgebung beobachten wie da die Meinungen verteilt sind und wenn ein Mensch wahrnimmt dass seine eigene Meinung mit der Mehrheitsmeinung in der Umgebung übereinstimmt dann ist bereit seine Meinung laut kund zu tun wenn er aber merkt dass er alleine ist mit seiner Meinung auf weiter Flur dann wird er eher die Klappe halten und aus Angst vor Isolation mit seiner Meinung hinterm Berg halten und so kann dann entstehen dass ganz viele Leute die ihre Meinung zum Beispiel nicht gespiegelt sehen in der Öffentlichkeit dass die sich nicht trauen öffentlich ihre Meinung zu sagen und dieses Konzept das wurde verfeinert durch empirische Studie hat man herausgefunden dass nicht unbedingt die Meinung in der großen Öffentlichkeit ausschlaggebend ist sondern dass die Rede Bereitschaft von Menschen eher abhängt von der Meinungsverteilung in der direkten Umgebung also in der unmittelbaren sozialen Umgebung und nun kann man sich ja ausrechnen es ist also ganz wichtig in welcher was sind meine Freunde was sind meine Bekannten in denen was sind die Kreise in denen ich mich ständig bewege und wenn jetzt also ein Journalist hauptsächlich im Elitenmilieu verkehrt und in der Elite zum Beispiel zu einem Thema wie zum Beispiel in der Frage von Sicherheit Verteidigung Auslandsansätze der Bundeswehr wenn in diesen Kreisen also ein Konsens herrscht zu einem solchen Thema dann ist es wahrscheinlich dass ein Journalist da nicht gegen diesen Konsens anschreibt also so um eben nicht geächtet zu werden rauszufliegen aus seinem vertrauten Kreis auch um seine Quellen nicht zu verlieren und das Vertrauen seiner Quellen nicht zu verlieren dass da sozusagen sich fortgesetzt eben die Schweigespirale bildet und dann eben Gegenargumente die es gibt zum Eliten Konsens verschwiegen werden Steht ja nicht auch die Gefahr der Journalisten sich direkt einspannen lassen auch für Kampagnen um Leute rauf oder runter zu schreiben wenn Journalisten Nähe haben zu Verbänden oder Netzwerken Thinktanks Ja die Gefahr besteht sicherlich dass sie sozusagen klar also ich wird schwer direkt da jetzt Fälle zu benennen aber alleine von der von meiner Untersuchung mit der Sicherheit fällt mir bei dem Stichwort was sie geben ein dass die Journalisten da teilweise amtliche Formulierungen aus Doktrinen und Dokumenten teilweise wörtlich übernehmen also es gibt da Dokumenten der Verteidigungsministerium und EU und USA gibt es häufig so ein Bedrohungskatalog ja dass unsere Sicherheit bedroht wird durch Verbreitung von Massenvernichtungswaffen durch Terrorismus durch Piraterie organisiertes Kriminalität Drogen Klimawandel Demografie Migrationsbewegung und so weiter das ist gibt da immer so einen Satz und da wird sowas dann runtergerasselt was alles bedroht vermeintlich und in den Artikeln gibt es auch solche Sätze in den Artikeln der Journalisten und man denkt die wollen sozusagen die Inhalte der offiziellen Dokumente den Leuten eintrichtern das heißt auf der Sachebene kann man eher solche Parallelen finden als jetzt auf der personellen Ebene dass man das Gefühl hat da wird einer hoch oder runter geschoben ja das weiß ich nicht schwierig zu sagen also eher glaube ich dass Leute in Schutz genommen werden also Guttenberg war so ein Fall der ziemlich viele Fans hatte auch unter Journalisten und als dann die Plagiaz-Affäre über mich hereinbrach da hat es manchen gewundert wie dann mancher Journalist dann so von heute auf morgen auf den Eindrosch aber das habe ich sowas habe ich nicht durch meine Netzwerpanalyse herauskriegen können weil ich auch da ich da ich fokussiert habe auf Organisationen also ich habe Teilnehmerlisten und Mitgliederlisten von Organisationen und Konferenzen verarbeitet und da geht nicht daraus hervor wer jetzt besonders eng mit wem ist sondern einfach nur wer drin ist das heißt wer mit wem Kontaktpotenzial hat und konnte dann auch gucken ob jemand gleich in mehreren Organisationen mit irgendeinem anderen drin ist also sind es nur Wahrscheinlichkeiten für erhöhten Kontakt oder erhöhtes Kontaktpotenzial aber man kann nicht rauslesen wie derjenige und der andere sind Busenfreunde das kann man anhand dieser Daten ja eher so das einfach öffentlich zugängliche Daten waren kann man nicht machen das müssten dann Insider erzählen die die Leute persönlich kennen aber die meisten Leute erzählen eben nicht und halten die Klappe wie die wahren Beziehungsgeflechte sind also man weiß zum Beispiel von Jürgen Leinemann dem ehemaligen Spiegel Reporter dass er ein Buksfreund von Gerhard Sprüder war der das dann aber auch kritisch reflektiert hat dass er da einfach zu nahe dran war und wenn jetzt ein Journalist in vielen Netzwerken ist wie kann man dann ermessen welches Netzwerk einen besonders großen Einfluss haben könnte wo er sich besonders engagiert oder wo besonders mächtiges Netzwerk ist oder viele Übereinstimmungen sind man kann das nicht direkt also aus den Daten die ich gesammelt habe kann man nicht ablesen welche Organisationen jetzt besonders mächtigen Einfluss auf Sicheristen zum Beispiel hat es gibt ja ganz verschiedene Organisationen vom Weltwirtschaftsforum in Davos mit 3500 Teilnehmern bis hin zu kleinen Vereinen wo jemand in Beirat Präsidium sitzt das ist nicht so leicht also das kann man daraus nicht ablesen was jetzt die wichtigste Organisation in einem Econetzwerk oder so ist was man ablesen kann sind personelle Überschneidungen oder Redundanzen also zum Beispiel hat man gesehen dass der Außenpolitik Chef der Süddeutschen Stefan Cornelius in mehreren Organisationen auf Aufgang Ischinger trifft den Chef der Sicherheitskonferenz in München der gleichzeitig auch noch Chef Lobbyist der Versicherung Allianz ist also das ist sozusagen das was man mit dieser mathematischen Methode am ehesten noch errechnen kann also welches Leute sind die immer wieder auftauchen in mehreren Organisationen und dann ist natürlich spannend ein Portrait von Stefan Cornelius von der Süddeutschen über Wolfgang Ischinger zu lesen als Wolfgang Ischinger als der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz wurde 2008 meine ich da hat Stefan Cornelius ein kleines Portrait geschrieben das war sehr wohlwollend hat ihm beste Kontakte bescheinigt diplomatisches Geschick und das nötige Quäntchen Eitelkeit was dazugehört zu einer Konferenz zu moderieren also alles paletti da stand auch von der Allianz stand da nichts also dieser Pikanz das Schien wo die Münchner Sicherheitskonferenz leitet als auch Lobbyarbeit für die Allianz macht solche revolving Dorf Effekte oder solche zwei verschiedenen Systemen irgendwie ist und da auch Interessen Konflikte haben kann das wird dann in der Süddeutschen eher nicht thematisiert oder kritisiert Wie kann man damit umgehen wenn jetzt Organisationen sind die Journalisten einladen und dann erwarten dass die Journalisten schweigen was auf diesen Sitzungen besprochen wurde zum Beispiel Bilderberg zum Beispiel haben wir uns mal die Satzung von der Justiz Pressekonferenz angesehen es gibt bestimmt eine ganze Menge weitere Beispiele wo eben bei Organisationen kann man bewusst auch Journalisten mit eingeladen werden aber die dann darüber nicht berichten sollen wie kann man da mit umgehen ich ich habe es jetzt nur ganz abgehackt verstanden ich meine es gibt verschiedenste Organisationen oder Netzwerke wo Journalisten eingeladen werden die darüber dann aber nicht berichten sollen da gibt es sowas großes wie Bilderberg da gibt es ein Verein wie die Justiz Pressekonferenz zum Beispiel bei deren Sitzungen sind Journalisten berichten über diese Sitzungen auch nicht ich denke das gibt es wahrscheinlich bei ganz vielen Denkfabriken auch wie kann man damit umgehen wenn die dazu eingeladen werden und darüber nicht berichten sollen ja also was der Journalist wie der sich behalten sollte meinen sie oder was man über Presseräte oder gesetzgeberisch tun sollte ja also gesetzgeberisch glaube ich das ist nichts für den Gesetzgeber das ist eher eine Sache der journalistischen Ethik und das ist jetzt natürlich die Frage Journalisten sind ja oft heilfroh wenn sie den näheren Kontakt mit Entscheidungsträgern bekommen und werden das häufig sehr gerne annehmen und sich da was erzählen lassen was nur für ihren Hinterkopf bestimmt ist was natürlich aber auch beeinflusst das kann man nicht verhindern also ich habe da kein Patentrezept und ich sehe natürlich auch dass Journalisten eine gewisse Nähe brauchen zu Akteuren zu Entscheidern dass sie sich nicht komplett fernhalten sollen und nur vom Schreibtisch aus die Lage beurteilen sollen aber also erstmal gibt es auch sehr gut Journalisten die sagen erzählen erzählen sie mir nichts was ich nicht schreiben darf erzählen sie mir nur das was ich schreiben darf das finde ich eine sehr konsequente Haltung das verhindert dass man sich in Rücksicht Namen und Loyalitäten verheddert wenn zehn Leute irgendwas vertraulich sagen immer weiter dann gar nicht mehr was man dem an Vertraulichkeit schuldig ist also das finde ich eine gute Sache oder da finde ich sollte man drüber mal öffentlich oder zumindest in dem Berufsstand der Journalisten mal diskutieren wie man mit Vertraulichen mit Einladungen zu vertraulichen Konferenzen und Gremien und auch mit Hintergrundkreisen umgehen soll ob das wirklich produktiv ist sozusagen Mitwisser zu werden von Politik Planungs Prozessen am Ende also auch dann Mitakteur zu sein also da hätte ich gerne mal einen breiten Meinungsaustausch gehört also es gibt harte Reporter zum Beispiel die sagen erzählen sie mir nur das was ich verwenden darf und alles andere behalten sie bitte für dich damit verhindern sie dass sie vereinnahmt werden durch Insider Informationen da muss man sicherlich differenzieren dass es manche Leute können sich das leisten manche investigative gibt die verhindern und verhindern die kommentieren und auch angegeben sind dass sie ständig eine Meinung sagen müssen zu irgendwelchen Themen dass sie regelmäßig entscheiden müssen was eigentlich wichtig ist, dass sie vorab irgendwie gerne was wissen möchten, um auch journalistisch irgendwelche Ressourcen zu verteilen und Themen auf dem Schirm zu haben, für die ist es sicherlich ganz gut auch Hintergrundinformationen zu bekommen. Aber es muss natürlich dann mal eine Grenze diskutiert werden, was ethisch zulässig ist. Und da habe ich also einen Vorschlag, der so ein bisschen, also der recht moderat ist, glaube ich, den man durchaus verwirklichen könnte, indem man sagt, dass Journalisten keine Tätigkeiten in Organisationen aufnehmen sollten, die irgendwas mit ihrem Gerichterstattungsgebiet zu tun haben. Also heißt, ein Außenpolitiker Christoph Leiter sollte nicht in den Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik gehen. Er kann sich gerne zum Kaffee treffen mit einem aus dieser Akademie, um Informationen zu sammeln. Aber er darf nicht so weit rein in die Organisation, dass er dass er von den Zielen und den Prozessen den internen sozusagen verteilt wird. Es gibt diesen schönen Merksatz von Hans-Joachim Friedrichs, dem ehemaligen Tagesthemen-Moderator. Er sagte einerseits, der Journalist soll sich nicht gemein machen, auch nicht mit einer guten Sache. und er sagte auch, man soll überall dabei sein, ohne dazuzugehören. Also dieses Dazugehören, diese Dazugehörigkeit sieht man ja sehr deutlich bei meinen Netzwerken, wo es eben Organisationen gibt, mit Gremien und so weiter, wo ich also sagen würde, das sollte geächt werden, das sollte einfach Mahlisten nicht erlaubt sein, sich zu engagieren, wenn es thematisch Berührungspunkte gibt oder personelle Berührungspunkte gibt mit mächtigen Akteuren aus ihrem Berichterstattungsfeld. Also ein Außenpolitik- Ressortleiter, der dürfte im Bürgerverein seines Stadtteils sich engagieren, dürfte da im Vorstand sein und sich drum kümmern, dass Denkmalpflege und Grünanlagen in seinem Viertel gedeihen, aber er dürfte nicht sich engagieren für die deutsch-amerikanische Freundschaft auf Elitenebene und dürfte auch nicht so wie beim süddeutschen Ressortleiter dürfte er in der deutschen atlantischen Gesellschaft für die NATO-Lobbyarbeit machen. Das wäre dann nicht mehr drin. Sie haben in Ihrer Studie glaube ich auch als Vorbild genannt, an dem man sich orientieren könnte, die New York Times. Die New York Times ist glaube ich noch ein bisschen strenger als Ihr Vorschlag. Ja, ich will das mal kurz vorlesen, um es auch mir selber wieder ins Gedächtnis zu rufen. Die New York Times, die sagt, mal auf Englisch vorlesen, hoffentlich steht man das mit meinem Akzent. Journalists should stand apart from institutions that make news. Staff members may not serve on government boards or commissions paid or unpaid. They may not join boards of trustees, advisory, committees or similar groups, except those serving journalistic organizations or otherwise promoting journalism education. Also, es sind alle Organisationen tabu, außer solche, die sich um journalistische Aus- und Weiterbildung kümmern. ein Journalist darf also zum Beispiel beim Netzwerk Recherche in den Vorstand gehen und dort Konferenzen abhalten, die man besser recherchiert, aber es sind keine Beiräte, Kuratorien, Kommissionen und so weiter erlaubt, die irgendwas mit Akteuren zu tun haben, außerhalb des Journalismus. Das ist also, das finde ich ein sehr konsequentes Reinheitsgebot, was ich mir gut für Deutschland vorstellen kann. Also, diese Merkwetze haben wir ja, diese schlapsigen von Hans-Joachim Friedrichs, die kennt fast jeder Journalist, überall dabei sein, ohne dazu zu gehören. Das ist ja genau das, Zubehörigkeit soll verhindert werden, aber diese Sprüche haben bis jetzt keine Entsprechung in Ethikkodizes in Deutschland für Journalisten gefunden. Und das, finde ich, sollte man nachholen, aber nicht einfach nur das irgendwo reinschreiben, das muss man vorher diskutieren und Bewusstsein schaffen dafür. Herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Und das Buch gibt es Mannungsmacht im Herbert von Haarlem-Verlag. Genau. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 zuständig war. Ja, das ist auch schwer zu vermitteln. Also sie war FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften. Allein dieses Institut für Physikalische Chemie hatte ungefähr 650 Mitarbeiter, für die war sie dann zuständig als FDJ-Sekretärin. Was hat eine FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda gemacht? Im Wesentlichen ging es darum, ging es um Schulung, ging es um die Vermittlung des Marxismus-Leninismus. Es ging um politische Diskussionen, Politik eigentlich schlechthin. Das war ihre Aufgabe. Sie war aber ja nicht nur, das geht ja auch aus dem Buch hervor, Sekretärin für Agitation und Propaganda, sondern hat in dieser Funktion als FDJ-Propagandistin auch in der Betriebsgewerkschaftsleitung der Akademie gearbeitet, war dort für Jugendarbeit zuständig. Und wie sie jetzt selbst zugegeben hat, war sie natürlich wie fast alle DDR-Bürger in der deutsch-sovietschen Freundschaft, im freien Deutschen Gewerkschaftsbund. Und ja, hat sich also da doch in den Massenorganisationen des DDR, des SED-Staates bewegt. Das bedeutet praktisch, für Linientreue hat sie an dieser Universität gesorgt, bei den Naturwissenschaften? Man kann nicht unbedingt sagen, für Linientreue. Und ich fände es auch immer schwierig, das Buch darauf jetzt festzulegen. Und vielleicht ist es auch ganz gut, an dieser Stelle mal die öffentliche Debatte so ein bisschen zu korrigieren. Es ist ja durch den medialen Wirbel der Eindruck entstanden, es ginge es darum, jetzt festzustellen, war sie Sekretärin für Agitation und Propaganda oder war sie es nicht. Das ist nicht der Punkt, das ist ein winziger Aspekt, in dem es in diesem Buch geht, sondern es geht wirklich darum, die Haltung eines Menschen nachzuvollziehen, den Menschen zu erklären, seinen Charakter zu ergründen und zu schauen, wie er dann letztlich politisch erfolgreich sein konnte. Das ist also eine sehr, sehr komplexe Fragestellung. Und deshalb bewegen wir uns in dem Buch auch auf mehreren Ebenen. Das Buch hat eine kirchenhistorische, kirchenpolitische Ebene. Die ist ganz wichtig, weil sie aus einem kirchlichen Elternhaus kommt. Wir beleuchten die Karriere und auch das Machen ihres Vaters. Dazu gibt es neue Papiere, neue Stasi-Unterlagen, die belegen, dass ihr Vater näher am System war, als bislang bekannt war, dass er eine maßgebliche Rolle spielte bei der Spaltung der evangelischen Kirche und den Aufbau einer eigenen evangelischen Kirche in der DDR, der Kirche im Sozialismus, wie es damals hieß. Daran war Horst Carsten, also hieß der Vater von Angela Merkel, maßgeblich beteiligt. Das ist die eine Ebene. Dann gibt es die Ebene Angela Merkel, ihre Jugend, ihr Studium und ihr Aufstieg an der Akademie der Wissenschaften. Und es gibt die Ebene, die Wendezeit, also die Zeit der Perestroika und Glasnost. Dann die ersten Proteste in der DDR, die Entstehung von Bürgerbewegungen, die ersten politischen Organisationen, die ja, was die meisten gar nicht mehr vor Augen haben, in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum, wie Pilze aus dem Boden schossen. Das war in der Zeit von September bis Dezember oder November 9. Dezember, muss man sagen, von September bis Dezember 1989. Also in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum gründeten sich dann neue politische Gruppen. Und mit Wolfgang Schnurr stand zum Beispiel ein langer, inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit an der Spitze des demokratischen Aufbruchs, dem sich Angela Merkel dann angeschlossen hat. Also es gibt mehrere Ebenen in diesem Buch. Alle sind wichtig, alle hängen eng miteinander zusammen, weil die kirchlichen Verbindungen des Vaters auch später für Angela Merkel wichtig waren, weil die kirchliche, weil Kirche und Politik, weil Kirche und Stasi in der DDR eine wichtige Rolle spielten, weil es da viele, viele Querverbindungen gab, die sich dann bis hin in den Wendeherbst ziehen und letztlich auch noch spürbar sind und nachvollziehbar sind beim Aufstieg Angela Merkels 1989-90 von der Ostwissenschaftlerin zur erfolgreichen Westministerin. Heißt, es sind wahrscheinlich viel mehr politisch engagierte Menschen der DDR mit der Stasi in Berührung gekommen, auf die eine oder andere Weise, als man sich das hier im Westen so vorstellt. Es scheint ein Riesenapparat gewesen zu sein. Ja, das ist sicher richtig, aber es ist ja die eine Sache, ob man von der Stasi beobachtet wird oder ob man mit der Stasi in gewisser Weise, oder wenn die Stasi einem bescheinigt, ich handle im Sinne des Staates, das sind schon zwei unterschiedliche Dinge. Bei Horst Kasner war das so, dass er zum Beispiel bei Kirchensynoden, bei wichtigen Veranstaltungen der Kirche Ende der 60er Jahre und Anfang der 70er Jahre Anträge einbrachte, die dann im Sinne auch der SED-Führung und der Staatssicherheit zur Spaltung der Kirche beigetragen haben. Das heißt, da gibt es Unterlagen, die das belegen. Das heißt aber nicht, dass er jetzt wissentlich im Sinne der Stasi gehandelt hat, das ist ganz wichtig, weil das geht aus den Unterlagen nicht hervor. Es geht aber daraus hervor, dass die Stasi bescheinigt, das steht zum Beispiel, dass der Synodale Horst Kasner einen Antrag in unserem Sinne einbringt, so heißt es dort sinngemäß, in den Stasi-Unterlagen. Dann ist es auch so, dass der Vater von Angela Merkel dem System deshalb nahe stand, weil er anders als andere Pfarrer zum Beispiel Westreisen gemacht hat. Westreisen gemacht hat mit den dafür zur Verfügung stehenden oder mit den Organisationen des SED-Staates, die sowas angeboten haben. Er war unter anderem damals in Italien, kam dann zurück aus Italien, hat dann einen Dia-Vortrag gehalten vor Rangho und SED-Mitgliedern und hat dann gesagt, die einzige Chance, die es in Italien oder die Italien noch hätte, sei halt eine Machtergreifung der kommunistischen Partei und hat eigentlich nur von dem Elend und der sozialen Not dort gesprochen. Also Horst Kasner war ein Gegner des Kapitalismus, daraus hat er auch nie ein Geheimnis gemacht, das war auch bis zuletzt. Horst Kasner hat natürlich auch, und das ist ein großer Unterschied, zu anderen Pfarrersfamilien in der DDR, an seine Kinder erlaubt oder vielleicht sogar, das wissen wir nicht, er hat es ihnen vielleicht sogar nahegelegt, sich den Massenorganisationen des SED-Staates anzuschließen. Das heißt, gewöhnlich gingen Pfarrerskinder nicht zu den jungen Pionieren, gewöhnlich gingen Pfarrerskinder nicht in die freie deutsche Jugend, sondern engagierten sich in kirchlichen Gruppen. Bei Angela Merkel war das anders und bei ihren Geschwistern auch. Angela Merkel hat sich in der Schule schon den Pionieren angeschlossen, dann auch der FDJ war im Abitursjahr sogar stellvertretende FDJ-Sekretärin. Das ist wirklich ungewöhnlich. Ihr Bruder war auch in der FDJ, ihre Schwester, ihre jüngere Schwester auch. Angela Merkel hat auch an dem Vorberatungskurs zur Jugendweihe teilgenommen. Die Jugendweihe selber hat sie dann nicht erhalten, aber sie hat teilgenommen. Ihr Bruder Markus ist, glaube ich, sogar zur Jugendweihe gegangen. Das heißt, es gab jedoch eine Nähe zur Gesellschaftsordnung und zu dem, was diese Gesellschaftsordnung verlangte, wie weit über das hinausging, was andere gemacht haben. Das setzte sich dann auch fort bei Angela Merkel. Angela Merkel durfte studieren, durfte an die Universität in Leipzig. Das war schon eine Auszeichnung. Also wer es dahin mal geschafft hat, dem stand eine sichere Karriere als Wissenschaftler dann bevor. Die war ihm sicher. Auch da, wie gesagt, hat sie wieder Leitungsfunktionen in der FDJ übernommen. Und das hat sie dann auch an der Akademie für Wissenschaften gemacht. Auch der Wechsel an die Akademie für Wissenschaften war sicherlich eine Auszeichnung und steht sicherlich nicht dafür, dass sie unbedingt dem System feindselig gegenübersteht. Was viele nicht wissen, ist, dass sie dann ihre Karriere auch an der Akademie fortgesetzt hat. Sie hat sehr lange promoviert. Die Gründe dafür kenne ich nicht. Aber nach Abschluss der Promotion 1986 ist Angela Merkel dann erstmals in den Westen gereist, nach Westdeutschland gereist. und hat dort unter anderem auch die Universität in Karlsruhe besucht als Wissenschaftlerin. Das ist etwas, was nicht jedem Wissenschaftler in der DDR erlaubt wurde. Wir haben in dem Buch Beispiele dafür, unter welchen Bedingungen solche Westreisen in der Regel zustande kamen. Da muss man sagen, klar, 1986 ist nicht 1976. Das heißt, da gibt es schon ein anderes gesellschaftliches Klima. Aber es war halt immer noch eine Sache, die wenigen vorbehalten war. Grundsätzlich gilt, dass Westreisen für Wissenschaftler nur von der SED, von der Stasi und der HVA genehmigt werden konnten. Es gab sogenannte Reisekader, zu denen wurden nur handverlesene, wirklich systemtreue Wissenschaftler zugelassen. Die durften in den Westen reisen. Sie bekamen in der Regel eine klare Aufgabenstellung mit, was sie zu beobachten hatten. Welche Erkenntnisse sie, nachrichtendienstliche Erkenntnisse sie mitzubringen hatten. Wir haben im Buch ein Beispiel für eine solche Aufgabenstellung, wo verschiedene Punkte dargestellt sind, die ein Wissenschaftler, der sich auf eine Westreise begab, zu erfüllen hatte. Und sobald die Wissenschaftler dann zurück waren, mussten sie darüber Bericht erstatten. Also wie gesagt, auch Angela Merkel durfte 1986, das ist bislang wenig diskutiert worden, als Wissenschaftlerin in den Westen, das ist schon nicht ganz gewöhnlich gewesen, auch zu diesem Zeitpunkt. Das war jetzt sehr viel, ich weiß. Sie ist ja dann erst in der Wendezeit in den demokratischen Aufbruch gegangen. Ich hatte den demokratischen Aufbruch damals als eine Bürgerin... Nein, 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 das ist nicht ganz richtig. Sie ist nicht, das kann man so nicht formulieren. Sie ist erst in der Wendezeit. Ich hatte ja vorhin gesagt, dass diese ganzen politischen Gruppen erst 1989, von September bis Oktober, November 1989 entstanden. Vorher gab es sie nicht. Und Angela Merkel hat bislang immer gesagt, sie sei im Dezember 1989 zum demokratischen Aufbruch gekommen. Das hat sie auch bei dem inzwischen leider verstorbenen Biografen Langgut gesagt. Er hat damals ein Interview mit ihr geführt und er hat sie mehrfach auf die Frage, wann sind sie zum demokratischen Aufbruch gekommen. Der genaue Zeitpunkt ist wichtig, hat Angela Merkel immer wieder gesagt, im Dezember. Das stimmt so nicht, denn wir haben mehrere Zeitzeugen gesprochen, die übereinstimmend aussagen, dass Angela Merkel bereits am Oktober, November Wolfgang Schnur zugearbeitet hat. Wolfgang Schnur war der spätere Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs und wie gesagt ein langjähriger, hochdekorierter, inoffizieller Mitarbeiter der Stasi. Angela Merkel war bereits am Oktober, November bei Wolfgang Schnur, in dessen Kanzlei hat ihm dort zugearbeitet. Das ist wichtig, weil man annehmen kann, oder man könnte das jedenfalls so interpretieren, dass Angela Merkel den Zeitpunkt ihres Einstiegs beim demokratischen Aufbruch bewusst auf den Dezember verlegt. Denn im Dezember hatte sich der demokratische Aufbruch als erste politische Gruppe für die Einheit ausgesprochen. Vorher war der demokratische Aufbruch wie alle anderen auch für einen eigenständigen demokratischen Sozialismus, also in einer eigenständigen DDR. Das heißt, der Einstieg Angela Merkels beim demokratischen Aufbruch ist zur Bewertung und ihrer politischen Haltung damals wichtig. Das ist erstaunlich, weil zu dem Zeitpunkt, der demokratische Aufbruch hat sich ja der CDU angeschlossen. Die hatte ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt keinen sozialistischen Flügel in dem Sinne mehr. Na, die Wende zur CDU ist eine überraschende und auch sehr vielschichtige. Die Wende zur CDU lässt sich nur erklären über die Kirche. Auch da haben wir wieder die Verbindung zur Kirche. Die Ost-CDU war der Kirchenflügel in der SPD, um das mal ganz pauschal zu sagen. Also es ist ja so, dass es zwar in der DDR auch eine CDU gab oder eine SPD gab, aber im Grunde waren die natürlich alle gleichgeschaltet. Deshalb sprach man ja auch von Blockparteien. Also die CDU-Politiker in der DDR waren nichts anderes als die SED-Politiker in der DDR. Da gab es keinen Unterschied, also keinen weltanschaulichen, ideologischen Unterschied. Dass sich jetzt der demokratische Aufbruch, der später der CDU angeschlossen hat, hängt damit zusammen, weil es diese Verbindungen halt zur Kirche gegeben hat. Schnur hatte diese Verbindungen zur Kirche. Merkel hat diese Verbindungen über ihren Vater zur Kirche. Das ist die Verbindung, die sich logischerweise oder ein Band, was sich logischerweise von der CDU zum demokratischen Aufbruch zieht. Und ich würde mir jetzt vorstellen, wenn zwei Organisationen zusammenwachsen, dass man dann von der kleineren Organisation, die die Eigenständigkeit aufgibt, Führungspersönlichkeiten mit, die größere Organisation auf herausgehobene Positionen hebt, um zu bekräftigen, dass es ein Zusammengehen und nicht nur eine Übernahme ist. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht sie als eine der fähigsten Politikerinnen des demokratischen Aufbruchs dann deswegen Ministerin geworden ist. Entschuldigung, sie war nicht eine der fähigsten Politikerinnen des demokratischen Aufbruchs, sie war Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs. Sie war nicht als Politikerin dabei, sondern als Pressesprecherin. Und das ist schon interessant, dass sie dann als Pressesprecherin des demokratischen Aufbruchs diese Karriere gemacht hat. Das ist richtig. Und als Wissenschaftlerin vielleicht. Sie ist ja auch später Umweltministerin geworden. Ja, aber dass sie Wissenschaftlerin war, das spielte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, eher weniger eine Rolle. Und es ging wirklich dann darum, wer kennt Wien und wo sind die Kontakte? Und man muss dazu wissen. Und wie gesagt, das ist die Kirche, da ist die Kirche das verbindende Element, das verbindende Band in allem. Auch Lothar de Maizière ist natürlich ein Kirchenmann gewesen. Lothar de Maizière kannte den Vater, kannte die Familie Kasner. Wolfgang Schnur, der Vorsitzende des demokratischen Aufbruchs, kannte die Familie Kasner. Das sind wichtige Verbindungen. Dann gehörte Manfred Stolpe, der später Ministerpräsident von Brandenburg wurde und war ein Kirchenmann, war Konsistorialpräsident. All das sind wichtige Personen gewesen, die dann eine Rolle gespielt haben. Das heißt, ja, Lothar de Maizière behauptet zwar immer, er habe Angela Merkel erst später kennengelernt, er kannte sie nicht. Wenn man das Buch aber aufmerksam liest und auch die Passagen aus der Wendezeit, dann fügt sich da ein Bild zusammen, wo man sagt, es musste logischerweise so sein, dass, oder es macht Sinn, dass Lothar de Maizière sich dann für die Regierung, für Angela Merkel als Regierungssprecherin entschieden hat. Was haben Sie dazu herausgefunden, ob Sie einen tiefgreifenden wirtschaftspolitischen Bewusstseinswandel oder andere wirtschaftspolitische Erkenntnisse haben? Wie gesagt, es ist so gewesen, dass Angela Merkel zum einen diese Nähe zum System hatte, die sie immer bestreitet. Das war uns auch ganz wichtig in dem Buch. Wir haben uns natürlich intensiv mit den ganzen bisherigen Biografien, die erschienen sind, auch beschäftigt. Wir haben ihre Aussagen gesammelt und haben dann diese Aussagen sozusagen als Kontrapunkt in unseren Text eingefügt. Das geht ungefähr so. Angela Merkel hat wiederholt behauptet in Interviews, die DDR war mir nie eine Heimat. Mich hat nichts mit diesem Land verbunden. Demgegenüber muss man dann stellen den Satz, ich war gerne in der FDJ. Demgegenüber muss man dann die Tatsache einfach einbringen, dass sie sich in den Massenorganisationen des SED-Staates stärker als der Autonormalverbraucher engagiert hat, dass sie Sekretärin wurde für Agitation und Propaganda. Das passt nicht dazu. Angela Merkel hat wiederholt in Interviews gesagt, dass sie die Westpolitik unterstützte, dass sie auch zur Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, also der Hochzeit des Rüstungswettlaufs, gerade die die Politik Warner Dragons unterstützt hat. Das fällt aber ausgerechnet auch in jener Zeit, wo sie sich auf der anderen Seite 1981 als Sekretärin für Agitation und Propaganda an der Akademie eingebracht hat. Das sind Widersprüche, die sich ergeben. Diese Widersprüche haben wir in diesem Buch aufgelistet. Wir haben einfach ihre Aussagen den Tatsachen gegenübergestellt und daraus ergibt sich das Bild, dass es doch an vielen Stellen in ihren bisherigen Schilderungen an Glaubwürdigkeit mangelt. Deshalb habe ich auch anfangs gesagt, in diesem Buch geht es vor allem um Glaubwürdigkeit. Und warum sie ihre politische Haltung so stark gewendet hat, das wird wahrscheinlich die Geschichte zeigen. Das kann man auch erklären, wenn man das Buch liest. Angela Merkel hatte ja auch noch eine andere Seite in der DDR. Das heißt, sie hat sich zum Beispiel in Leipzig mit Leuten umgeben, die durchaus systemkritisch waren. Das waren Leute an der Universität, Wissenschaftler auch, die mit dem System geadert hatten, die allerdings natürlich überzeugte Sozialisten waren, überzeugte Kommunisten waren, die mit dem Kapitalismus und mit dem westlichen Gesellschaftsthemen gar nichts im Sinne hatten, sondern die einfach eine Reform des Kommunismus wollten. Es gab damals auch wiederholt Berichte im Spiegel über solche non-konformistische SED-Politiker, wie der Spiegel sie damals genannt hat. Mit solchen Leuten hat Angela Merkel damals durchaus Kontakte gehabt. Sie hat ihre Treffen besucht, sie war dabei. Inwiefern sie sich mit den Leuten oder mit deren Auffassungen identifizierte, ist schwer zu sagen. Also mit den kritischen Schriften von Baru und anderen konnte sie so wahnsinnig viel nicht anfangen. Da hat sie immer gesagt, die Analyse ist gut, aber die Umsetzung finde ich nicht so toll. Gleichwohl war es natürlich auch so, dass sie an der Akademie in der FDJ-Gruppe durchaus etwas offener diskutiert haben als andere. Offener in dem Sinne, dass man gesagt hat, wir gucken genau hin, was passiert in Polen, was passiert in der UdSSR unter Gorbatschow, was ist eigentlich Glasnost und Perestroika. Arm Angela Merkel spricht perfekt Russisch. Sie verbindet eine tiefe Zuneigung, ja sogar Liebe zur russischen Sprache, wie sie selber mal sagt, weil sie irgendwie musisch sei. Also wie gesagt, sie hat Gorbatschow dadurch im Original gelesen. Sie hat also genau verfolgt, was passiert. Und das ist auch eine Art und Weise gewesen. Sie war schon irgendwie politisch. Und die Frage ist, warum spricht sie über all das nicht? Auch das ist so eine Sache. Ich meine, sie ist immer wieder in unzähligen Interviews auf ihre Vergangenheit angesprochen worden. Und nie sind irgendwelche Sätze dazu über ihre Lippen gekommen. Und wir fragen uns, warum das so ist. Ich habe mit ganz vielen Leuten gesprochen, mit denen sie damals zusammen waren, die damals zu diesen Gruppen gehörten. Die alle sind tief enttäuscht von ihr, weil sie fest daran geglaubt haben, dass auch Angela Merkel in dieser Weise für den Reformkommunismus oder für eine Reform des Sozialismus eingetreten ist. Die sind heute sehr enttäuscht von ihr. Sie haben mich gefragt, wann sie ihre Meinung geändert hat. Wenn man sich also anschaut, wie sich Angela Merkel verhalten hat, dann ist das... Sorry, ich habe das Mikrofon in die falsche Richtung gebrannt. Nochmal zu Ihrer Frage, wann sie ihre Meinung geändert hat. Ganz, ganz, ganz wesentlich in Ihrem Verhalten ist ein Charakterzug, den ich mal an zwei Beispielen darstellen möchte. Angela Merkel hat manchmal, wenn sie in der Schule auf den Beruf ihres Vaters angesprochen wurde, gesagt, mein Vater ist Pfarrer. Weil das ganz ähnlich klingt wie Pfarrer und weil die Nachfrage auf den Beruf Pfarrer oder weil es vermutlich keine Nachfrage gegeben hat, wobei man natürlich als Tochter eines Pfarrers immer mit kritischen Fragen rechnen musste. Also Angela Merkel wich lieber aus. Dann gibt es das Ereignis 1968, die Ereignisse in Prag unter Dubčik. Und damals verbrachte Angela Merkel mit ihren Eltern die Sommerferien in der Tschechoslowakei. Wurde anschließend in der Schule gefragt, was sie denn so erlebt habe. Und da setzt sie an und sagt, wir waren in der Tschechoslowakei, schaut oder sieht in das entsetzte Gesicht oder das strenge Gesicht des Lehrers, bricht ab und erzählt irgendeine andere Geschichte. Das ist typisch für Angela Merkel. Dann gibt es eine Überlieferung, das muss 1991, 90 gewesen sein, wo sie zum ersten Mal vor West-CDU-Anhängern sprach und durchaus etwas von der FDJ erzählen wollte und auch da in entsetzte Gesichter schaute an. Wieder brach Angela Merkel ab und erzählt etwas anderes, weil sie offenbar das Gefühl hatte, dass es nicht vermittelbar ist. Das heißt, immer wenn es etwas gibt, was sie selbst in Frage stellen könnte und wo sie zu etwas stehen muss, das schwer zu vertreten ist, das in dem Moment schwer zu vermitteln ist, weicht sie lieber aus und erzählt etwas anderes. Das heißt, dieses Ausweichen ist etwas, das in ihrer Person zu finden ist und was in diesem Buch auch herausgearbeitet wird. Und genau dieses Ausweichen, dieses sich nicht stellen zu Dingen, dieses Taktieren, Lavieren, ist etwas, was wir in der Politik nach der Wende bis heute vor allem und zuletzt auch in der Euro-Politik immer wieder finden. Es gibt ein bekanntes Zitat, was ich von ihr mal gehört habe. Wir müssen mehr Konzepte anfordern. Das klingt sehr anpassungsfähig. Richtig. Ich weiß leider bloß nicht mehr, woher das, von wann, aus welcher Gelegenheit dieses Zitat kommt. Ich habe es gelesen, dass sie das mal gesagt haben. Also stellt sie für mich die Frage, ob sie möglicherweise eher eine Machtpolitikerin ist eine, die eine Partei und eine Regierung zusammenhalten kann und dann eher vielleicht moderiert die Inhalte? Sie ist ganz sicher eine Karrieristin in erster Linie, weil das zeigt ja das Verhalten, das ich vorhin beschrieben habe. Sie ist ganz sicher eine glänzende Machtpolitikerin. Sie taktiert in einer Art und Weise, wie man das im Westen bislang nicht kannte. Das heißt, sie beobachtet sehr lange, sie hält sich sehr lange im Hintergrund, sie lässt andere agieren und ihre politischen Gegner fallen nicht durch Attacken, die sie selber betreibt, sondern stürzen über ihre Fehler. In ihrem Verhalten finden sich viele Dinge, wie man auch im Osten Politik gemacht hat, wie man im Osten mit politischen Gegnern, auch mit Gegnern im eigenen Lager umgegangen ist. Das ist typisch, das ist eine Form von Machtpolitik, wie sie die SED oder wie man sie im Osten auch in der Sowjetunion ganz üblicherweise gemacht hat. Das heißt, klar, Angela Merkel ist eine Machtpolitikerin und Angela Merkel ist wahrscheinlich im Moment konkurrenzlos in Deutschland. Vielen Dank für das Interview. Ich habe zu danken. Wie gesagt, das erste Leben der Angela M. heißt das Buch im Pieper Verlag. Wenn man mehr über ihre Arbeit wissen möchte, wo kann man sich da noch informieren? Informieren Sie sich doch auf meiner Internetseite Geolitico. www.geolitico.de Da finden Sie Texte auch zu dem Buch, Interviews zu dem Buch, aber natürlich auch andere Texte von mir zu anderen Themen, vor allen Dingen auch zu Euro- und Europapolitik. Vielen Dank. Ich danke. Tschüss. Tschüss.